Auf wen hast du aufgesehen, als du diesen Traum hattest, ich will auch Skifahrer werden? Definitiv war das der Hermann Mayer, in der Zeit, als ich in der Skiabtschule war. Ich war von 1998 bis 2002 in der Skiabtschule in Lillenfeld und 1998 weiß auch jeder in Nagano bei der Olympiade den Sturz von Hermann. Und danach, wie er die Medaillen gewonnen hat und generell auch die Jahre danach, wo er sich verletzt hat. Also, es war immer ein Athlet, der mich sehr inspiriert hat, auf den, was ich aufgeschaut habe, vor allem mit seiner Motivation, mit seiner Einstellung zum Sport, mit seiner Aggressivität, was er jeden Tag bei den Rennen vor allem am Start gefahren ist. Also, das hat mich als junger Athlet eigentlich geschaut, auf den habe ich schon sehr aufgeschaut.